ja hallo liebe community family und zuschauer ich bin es für euch immer die co mit der fünften folge von Batman Return to Arkham CD sie haben diesen durchgang gesichert ich muss eine andere möglichkeit finden an jokers Männern vorbeizukommen aber er hat mir der Anschlag vor sechs Monaten drei Rippen und den Arm gebrochen dann sorgt dafür dass er den nicht leise ich will so wie ich das sehe wird bald schon die ganze Welt vergessen haben wer ihr Freund ist dann fahre ich oder du kriegst eine Kugel ab im Ernst man wird nicht übermütig Batman ist gefährlich und Harley erst recht schlau Körbeausscheidung sehr schön Körbeausscheidung durchs Fenster ja sehr schön ok wie geht es jetzt weiter ok kaum durchs Fenster da bleibt ja auch mir nichts anderes übrig ja ein Trophäe nah und Zündung und Zündung und dadurch leise 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 äh war mir nicht rum war mir nicht rum war mir nicht rum körbeausscheidung hast du das Geräusch hast du das Geräusch und zack da waren es nur alter komm bewegt dich da und da ja danke ja 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 klar klappe doch wenn ich noch mehr von dem Geschrei höre knall ich dir die Birne weg kapiert was ist mit dir passiert wie bist du es kam von hier drüben ganz sicher ich bin mir sicher dass es von da kam oh bitte hilf mir heiz Maul Miststück du bist mein Ticket nach draußen hey wo bist du nicht da und tschüss da draußen ist es still geworden bleib hier ich geh mal nachsehen sie hält euch zum Narren und dabei sollte ich das doch tun wie nicht wenn ich euch alle in hübschen langen Bleibchen stecke wir können jederzeit aufhören Doc sag uns wie wir Jay heilen können ist er genauso doof komm zu Betsy komm zu Betsy komm zu Betsy das mache ich wenn nötig die ganze Nacht krass hm da bist du ja kommt hier rüber ich habe Batman gefunden du glaubst du kannst dich verstecken ja hm Seien Sie still. Ich komme wieder, nachdem ich denen eine Lektion erteilt habe. Ich finde dich. Hörst du mich? Ich finde dich. Ich finde eher dich. Guck, guck. Schlaf schön. Götter Nacht. Voll leise. Ja, ja, bin schon dabei. Titan. Ja, weißt du, wovon er da redet? Er spricht auch ständig von seinem letzten Lachen. Oh, oh, Doc. Ich dachte, diese Information sei vertraulich. Was ist los? Woher weiß sie, was wir gesagt haben? Verrammelt diese Tür, Jungs, und zwar richtig. Wir wollen doch nicht, dass uns das Ungeziefer entfischt. Wenigstens kommen Sie nicht rein. Wir sind in Sicherheit, oder? Hm, warten Sie hier, Doktor. Was zum Hänker machst du da? Ich suche einen Weg hier raus. Jemand muss den Joker aufhalten. Genau. Bleiben Sie hier. Ihnen geschieht nichts. Ganz sicher? Verstecken Sie sich, wenn Sie jemanden kommen hören. Ich komme wieder. Neue Waffe. Neues Glück, würde ich sagen. Komm, man, leider kann es wieder runterflogen. Also alles behalten. So. Und Tali's Kopf. Was ist das? Okay. Das ist nun. Und zack und zack und Ich sollte zurück zur Ladebucht gehen. Nur so komme ich zu Joker. Aber ich will erst ein paar Köpfe abschießen. Das will ich. Ich will Harleys Köpfe abschießen. Klingt gerade sehr falsch. So, das nächste. Da. Und zieht kräftig. Eins. Nicht. Ah, Joker, Joker. Er hat mich Zeit gekostet. Ich muss weiter Joker suchen. Ja, lass mich doch mal in Ruhe alles jetzt durchgucken. Wenn ich bitten dürfte. Danke. Ich sollte zurück zur Ladebucht gehen. Nur so komme ich zu Joker. Ja, das wird jetzt wieder. Zack. Bei manchen Aufgaben muss man echt schnell reagieren. So. Äh, jetzt was sollte das? Der Coin hat mich Zeit gekostet. Ich muss weiter Joker suchen. Ja. Ich muss aber niesen. Denkt immer noch ganz gut. Hi, Harley. Tschüss, Harley. Ich sollte zurück zur Ladebucht gehen. Nur so komme ich zu Joker. Jo, machen wir auch gleich. Ich will hier noch ein bisschen noch was. Hä? Die Teethpink. Na ja. Quinn hat mich Zeit gekostet. Ich muss weiter Joker suchen. Oh. Was ist das? Ah, kann ich jetzt nicht herausfinden. Aber hier ist jedenfalls noch was für die liebe Catwoman. Okay. Machen wir weiter hier. So. Die Blubblub. Ob mich das aufhält. Ich sollte zurück zur Ladebucht gehen. Nur so komme ich zu Joker. Und dann? Wir warten dann einfach darauf, dass Batman durch die Tür kommt und gehen auf ihn los? Das ist der Plan. Das ist kein Plan. Das ist Selbstmord. Der macht mir keine Angst. Die Tür ist zugeschweißt und er ist nur ein Spinner in einem Kostüm. Okay, dann stehst du ganz vorne. Wieso? Hast du Schirr's? Haltet jetzt endlich mal das Maul und Wacht. Die Fledermaus ist hier. Autsch. Das war mein Kopf. Das war weh, du bescheuerte Fledermaus. Nix da. Anlauf. Hosli. So. Bali. Ja. Äh. Das war falsch. Das war richtig. Protokol 10 tritt in neun Stunden in Kraft. Neun Stunden. Ja, ja. Da, da, da. Ah, Rittler. Rittler, Rittler, Rittler. War sowas von offensichtlich. Da, da, da. Nö. Und der nächste. Ich will mal kurz was gucken. Jalilup. Ja. Jalilup. Ja. 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 so ich will jetzt wir haben wir noch diesen zeit wenn wir hier runter aus bestimmten gründen kann ich das wieder deaktivieren würde mich jetzt mal brennend interessieren muss ich anders ran ja ich weiß mit was so wie bist du aus der schmelzkammer rausgekommen batman was hast du gebaut sag's mir sag's mir okay diese sicherheitskonsole kann man nur mit den codes der stadtverwaltung deaktivieren ja okay da habe ich auch noch eine harley zu erschienen eine roboter harley kaputt zu machen so okay sorry mir egal überraschung die man darf ich vorstellen mr hammer er wird ihr manieren beibringen das dauert nicht lang wir machen auch reizt maul harley konzentrieren mich gerade ich nehme dich auseinander wir machen dich fertig du wirst nicht zu jokern durchkommen wenn er aufstehen sollte ich mich zu holen wie immer ich werde deine einzelteile im ganzen raum verstreuen nichts da und smash ja hoi 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 was mache ich jetzt ja 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 kampfwanzer noch mal hoi 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 wieso 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 geh mir sofort aus dem weg quinn lass uns in ruhe batman geh lass mich mit ihm allein ich hab gesagt aus dem weg schlug das ist alles deine schuld seine jahre stellst du ihm nach schlägst ihn zu breit und wirst wie so bist du so gemeiß die überraschung bist auf den alten kranker joker wird es reingef��der batman Oh. Reingefallen. Ja. Ja. Jetzt sind wir wieder mit Catwoman dran. Ohne meine Sachen habe ich gegen Ivy keine Chance. Ohne sie wäre ich nackt. Ohne sie wäre ich nackt. Okay. Poison Ivy kennen wir ja schon. Und Ben auch. Wieso sollte er das tun? Wir geben ihm was er will. Er belohnt uns. Alle sind glücklich. Was ist wenn die Belohnung aus der Kuppel im Kopf besteht? Du kennst die Geschichte. Er ist ein Monster. Ich habe gehört, dass Herr Ray seid ihr weg. Okay. Damit war es auch mit dieser Folge. Ich sage wie immer zockt gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Gehmertko ist raus. Kurz und schmerzlos Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erich in den Schnabel hält ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Charlie kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal den ich euch ganz herzlich will. Schaut da mal rein. In dem Sinne. Zockt gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.